Liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren FIFA 17 Pack Opening. Jawohl, es ist mal wieder soweit. Es gibt endlich neue Team, Team des Jahres. Team of the Season besser gesagt, nicht Team des Jahres. Und zwar, das sind die Community Decisions. Also die Community Team des Jahres Spieler sind jetzt momentan in den Sets verfügbar. Und ich dachte mir, das ist doch der perfekte Zeitpunkt, um mal wieder ein wunderbares Pack Opening zu machen. Jawohl, es gibt Promo-Sets. Es gibt das seltene Elektrom-Spieler-Set. Davon gibt es 20 Stück. Hybrid-Set mit Gold- und Silberspielern. Enthält zwölf Objekte, sechs Gold, sechs Silber. Alle selten. Und ich würde einfach mal sagen, damit starten wir direkt durch. Ich habe ein paar FIFA Points gekauft. Ja, so zwei, drei Stück. Und wir hoffen und bangen einfach mal, dass da was drin ist. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das ist... Was ist das? Das ist mit dem Chord. Sehr gut. Direkt mal ein Spieler der Woche drin. Ja, spitzenmäßig. Und von Percy. Ja, geil. Wie war das mit sechs Silber denn? Ach ja, hier sind die sechs Goldene noch. Okay. Alles klar, ich wollte gerade schon sagen. Okay, lass uns den mal... Den kann man... Boah, der hat gute Werte, Alter. Tempo super, Pass super, Dribbling super. Den setzen wir mal auf die Transferliste. Und hier bei den Spielern muss man halt immer gucken. Da weiß ich nicht so genau. Safari haben wir hier. 800 war er da gerade. Das macht mich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Da war ein Innenverteidiger. Aber ich denke nicht, dass der was bringt. Wir gucken aber trotzdem einfach mal. Also es wird ein bisschen langwieriger hier werden, denke ich mal. Boah. Oh, ein bisschen was bringt er ja schon, ne? Man muss ja nehmen, was man kriegen kann. Das wisst ihr ja bekanntlich. Den hauen wir mal drauf für 900. So, dann haben wir hier noch Arikan. Ähm, das ist ein Torwart. Aus der Türkei. Türkischer Torwart. Ne. Bringt nix. Dann haben wir hier noch... Cotterill. Heißt das englische zweite Liga? Ne, dritte Liga, glaube ich, ne? Alter. Ja, Stylo Milo, Alter. Oh, auch mal hier, komm. Hauen wir mal für 1000 an 100 drauf. Läuft der Hase. Nehmen wir gerne mit, wie gesagt. Und hier die beiden. Ja, nö. Ich lass die jetzt aber mal so, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die viel bringen. Und den Rest, auf Wiedersehen. Aber ich hab das jetzt in unseren Verein gepackt. Na, egal. Der ist eh unaufgeräumt. Passt schon. Juhu. Wir gucken einfach mal. Vielleicht haben wir ja noch einen drin. Komm schon. Ah, schade. ZOM, Spanien, Florenz. Keine Ahnung. What do we have here? Valero. Oh, das sind nur Spieler, die wir noch nicht haben. Das ist aber nice. Ja, toll. Egal, egal, egal. Vielleicht bringt er ja was. Mal gucken. So, haben wir noch Kritschowiak. 1000. Boah. 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 Ah, komm. Ah, komm, hauen wir für 1000 und 100 drauf. Scheiß da da unten drauf. Wenn er weggeht, ist super. Wenn nicht, dann halt nicht. Wir müssen jetzt auch nicht mordsmäßig die Kohle rausziehen. Dembili würde ich gerne behalten. Den packen wir mal in den Verein. Belotti. Torino. Vanyama. Ui. Hm. Freut mich, dass wir auf jeden Fall mal ein Set haben mit Spielern, die wir... Die wir noch nicht haben. Das ist sehr selten tatsächlich. Bringt der was? Oh, bei Tottenham spielt Vanyama mittlerweile. Krass. Wusste ich gar nicht. 850. Na ja, gut. Haben wir hier noch was. Ratzkowski. Was hat... Ist das Leipzig oder Salzburg? Ich erkenne das nicht. Sieht mir aber nach Leipzig aus. Äh, nach Salzburg. Oh. Oh. Okay. Genau ein bisschen was, ne? Den nehmen wir gerne mit. Den nehmen wir gerne mit. Die 2K. Wenn der 2K bringt, perfekt. Ist ein bisschen mäßig. So, wie sieht's bei ihm aus? Doyle. Bei ihm könnten wir noch mal gucken vielleicht. 700. Alles klar. Okay. Danke. So. Let's try our Glück. Hopp. Wir werden auf jeden Fall nicht die ganzen 12.000 ausgeben. So viel steht fest. Ah ja. Zuma ist das. Sehr geil. Wir sind super Spieler. Haben wir aber, glaube ich, schon. Garcia. Dragovic. Susu. Dubu. Ja. Naja. Fabinho. Maher. Insigno. Oh ja. Beut. Wittek. Ach krass. Weiß ja. Robert Wittek. Kann das sein? Spielt der immer noch? Krass. Ah gut. Bei 1860, das erklärt natürlich einiges. Der muss da wahrscheinlich spielen, sonst kriegt er den Kopf abgeschnitten. Komm, wir packen jetzt einfach mal in den Verein rein. Wollte die Tage auch mal bei den SPCs tatsächlich gucken. Zuma, bringt der noch was? Mal checken gerade. Ist wie gesagt ein super Innenverteidiger. Ja, ein bisschen was bringt der sogar noch. Ist wie gesagt ein super Innenverteidiger. Ich zocke es super gerne mit dem, wenn ich mit englischen Team oder sowas spiele. Und es wird die Tage auf jeden Fall auch endlich weitergehen mit Ultimate Team. Ja, das kann ich mir an dieser Stelle versprechen. Dieses Pack-Opening ist sozusagen jetzt der Anstoßgeber für die Ultimate Team-Aufnahme. Schade. Oh, Chicharito. Nice. Geile Meile haben wir natürlich schon. Oh, Delaney. Heißt er Delaney eigentlich oder heißt er Delaney? Ich glaube Delaney, ne? Townsend. He's pretty fast. But he brings nothing. Strootmann. Delaney können wir gerne behalten. Einfach mal so. Andersen. Sendros. Boah. Eli. Anneke. Oh, er vielleicht hier. Jessup Monroe ist ein Franzose. Könnte was bringen. Tut er aber nicht. Oh, guck mal hier bei. Haben wir auch schon, aber vielleicht bringt er ja noch was. Gucken wir mal. Alter. Okay. 4-2. Das ist ordentlich. Er ist auch schnell, ne? Also für einen Innenverteidiger super Physis, super Defense, super Tempo. Also das ist klar, dass der was bringt. Haben wir den eigentlich auch in unserem englischen Team? Ich glaube ja, aber wir haben den ja schon. Ich gehe einfach mal hart davon aus. Mal gerade hier nochmal gucken bei Chicharito. 5. Ja, nehmen wir mit. Für 4. Für 4 kann man den mal aufhauen hier. Drrrr. Oh, hier 4, 5. Pam. Gönnt sich der, gönnt sich der Lachs. Okay. Ja. Rest hauen wir weg. So. Weiter geht's. Machen wir noch 5 Stück von den Dingern. Also jetzt noch 6. Und dann gucken wir einfach mal. Ach. Schade. Schade, schade. Kunzigli, ja. Garcia wieder, Van Damme. Atsu. Bei schnellen Spielen in der Premier League muss man mal gucken. Das kann sein, dass sie voll viel bringen. Es kann aber auch sein, dass sie gar nichts bringen. Na gut. Ibini. Mal gucken, ne? Siehst du, siehst du, siehst du? Sag ich doch, sag ich dir doch. Sydney. Die Ami-Spieler, ne? Äh, 350 war da gerade. Alles klar. Na gut. Hätte ja sein können. Mieser, hau! Bei den japanischen Spielern kann man auch immer mal gucken. Ah, nee. Ciao, Hadelan. Komm schon. Einen blauen will ich jetzt hier haben. Komm. Einen einzigen. Huuu. Hehehehe. Ist aber, glaube ich, ein Spieler der Woche, ne? Oder? Steht das hier irgendwo? Müsste aber, glaube ich, ein Spieler der Woche sein. Team of the month. Ah, Team of the week. Glaube ich, oder? Aber der könnte was bringen. Ich bin sehr gespannt. Sieben. Sieben, drei. Sieben, drei. Ja, ich setze ihn mal auf die Transferliste. Ich muss da eh noch ein paar Spieler reinsetzen. Ah. Also, ob das jetzt ein Feuerwerk wert war, weiß ich jetzt nicht. Klein, den würde ich gern behalten. Ähm, dann haben wir hier Hubs. Mit einem Hubs ist alles weg. Hehehe. Ah, okay. Ich hab verstanden. Rackli, Kadir. Oh, der könnte was bringen. Der ist nämlich ziemlich gut, eigentlich. Taui. HSV. Ah, okay. Halt mal trotzdem, ne? Parker. Hena auch. Oh, Shahin. Oh, okay. Na ja. Da kommt schon jetzt wieder ein blaues Spieler los. Ach komm. Mit euren italienischen Torfhütern da dauern, ey. Kann ja nicht sein. Machetti. Sisoko. Sisoko. Okay. Verhalten wir mal. Englisches Team und so. Morgan. Ah. Von Moskau. Stimmig schneller Spieler. Ah, okay. Noon. In the afternoon. 2-2, 2-1, 2-1. Ja, das ist für einen Silverspieler, das ist absolut in Ordnung. Das kann man mitnehmen. Hier, für zwei, gönn dir. Und tschüss. Stokes. Vargas. Oh, nö. Nö, nö, nö. So, drei Sets noch hier, komm. Komm, geht's. Auf geht's, Mann. Ah. Schade. Ach, Mann. Kacke, aber. Haben wir noch nicht. Warte mal. Vargas. Ich guck da jetzt gar nicht groß, ob die was bringen, ne. Ich hau die dann gleich einfach weg. Spina, ja. Aber sonst kommen wir hier gar nicht zur Potte. Komm, 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 komm. Mann. Sah, halt mal. Ähm, Lafonte. Tiki. Tadabt. Boah, ist der so abgesunken, Alter. Krass. Der war mal Goldspieler. Der hat mal gespielt bei... Boah, ich weiß jetzt gar gar nicht. Irgendwo in England hat der mal gespielt. Wo hat der denn gespielt? Ah, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er mal in England gespielt. War eigentlich echt gut. Ach, Mann. Mann. Ist das Miranda? Das Miranda, den Sivillian? Ne, das ist El Charawi. Okay. Doch, ist Miranda gewesen. Jo. Gucken wir nochmal Azu. Ah, hier, der da. Wollen wir mal gucken. Malshauen, Wells. Ah, alles klar. Ja, hier, Miranda können wir mal gucken, aber... Oh, doch, der bringt was. Doch, doch, doch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Den hauen wir für elf rauf hier, komm. Den hauen wir für elf rauf, da. Komm, ist doch nicht zu lang. Haltig gedrückt, Junge. Haltig gedrückt. So. Derjenige, der ihn findet, freut sich bestimmt. Mirinia, Grey, auf Wiedersehen. Okay, machen wir hiervon noch fünf Stück. Komm, machen wir hiervon noch fünf Stück. Scheiß, da waren noch ein paar Objekte mit dabei. Oh, das hat ziemlich lange geladen gerade. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Spanien? Wer ist das? Barcelona? Wo ist das? Ach, wie geil. Nice. Ein Outcoming. Wie heißen die Dinger? Rushout, Runout, Runin. Keine Ahnung, Alba. Juhu. Vom FB Barcelona. Walkout heißen die Dinger, genau. Bringt der was? Joach, naja. Na ja, na ja, na ja, na ja. Geht, geht. 50, 20 K um den Dreh. Das ist nicht so die Welt. Mit überhaupt 20. Behalten wir mal, vielleicht entscheiden wir uns ja doch spontan dafür doch mal irgendwann ein, äh, ein Dings zu machen. Ein spanisches Team. Kann man ruhig mal probieren vielleicht. So, das haben wir doch gerade schon drin gehabt. So, und den ganzen Lachs hier behalten wir natürlich. Ihr kennt das Prozedere. Da man die Dinger unendlich stapeln kann auf seinem, in seinem Verein, kann man die auch easy peasy eben behalten. Was ist das denn da? Wo sind da? Weil Chelsea hat immer Spieler teilweise, ne? Die sind total overpowered und total overhyped und total gut. Und keine Sau kennst du irgendwie. Also ich kannte den jetzt nicht. Nathan Dyer. Och, mega schnell, Alter. Überhaupt nix. Okay. Na gut. Ja, wie gesagt, mit Alma gucken wir einfach mal, ob wir den jetzt verkaufen. Wenn wir Geld bräuchten oder brauchen, kann man den ja verkaufen ansonsten. Na, war da? Valencia. Mangaya. Ja, weiß ich nicht. Ist jetzt auch nicht so der Typ, ne? Ah, kann man mal raufhauen da. Kann man mal raufhauen hier. Komm, 1-4, gönn dir. Lieber Frankie. Nein. Da ja, Linetti. So, hier, Trainer und Vertragskarten. Ich schum ob, Winke. So. Und hier noch Diaby und irgendein Thomas und der Rest geht weg. Ich glaube, lass uns gerade nochmal hier so eins aufmachen. Um einfach diesen Bonus mitzunehmen, dass wir dieses Pack gerade das erste Mal öffnen. Ich hab das Gefühl, da hat man im... Was hat denn gerade schon Sound? Da hat man immer, äh, so'n, so'n... Special Bonus mit dabei, weißt du? So, so als Belohnung, dass du dieses Pack das erste Mal aufmachst. Hat man ja gerade eben gesehen. Und vorhin hatten wir ja gleich ein Spieler der Woche drin. Ne? Als wir das Pack Opening angefangen haben. Hatten wir gleich ein Inform drin, ne? Bittencourt und dann, äh, naja, ne? Bei dem Set ja hier eben auch. Hatten wir ja auch ein Dings drinnen. Gut, Spieler. Weiß ich nicht. Ich hab da das Gefühl, dass es da spezielle, äh, Dings gibt. Dumbia. Orban. Der kommentiert ja auch immer Dings hier, ne? ESC. So, das nehmen wir alles mit hier. Positionskarten nehmen auch immer gern gesehen hier. Pack mal rein. Hier, Michael Rensing. So, eins machen wir noch auf und dann ist aber auch Schluss. Wir haben mal ein bisschen Münzen gut gemacht. Wir hatten drei gute Spieler drin gehabt. Oder vier sogar. Wo man wirklich nicht meckern kann. Leicester City? Wer ist das denn? Ein Iraner? Ist das ein Iraner? Ne, warte mal. Das ist gar nicht Iran, ne? Islam Slimani. Algerien. Entschuldigung. Entschuldigung an Iran und Algerien. Das ist vertauscht, aber hier. I'm sorry. Guck mal auf Iran nach. Wegen Farben wahrscheinlich. Kann sein. So. Pack mal rein. Nehmen wir mit. Herzlichen Dank. So, Slimani können wir gerne. Mal gucken. Aber. Oh. Komm, noch haben wir ja Platz hier auf dem Stapel. Machen wir mal weg da. So. Okay. Und den Rest. Auf Wiedersehen. Gut. Liebe Freunde. Ich bedanke mich, dass ihr schon wieder fürs Zuschauen. Wie gesagt, Ultimate Team geht die Tage weiter. Da wird super. Ich habe noch Gratis-Sets, ne? Irgendwas cooles dabei. Premium-Leihspieler-Belohnungsset. Ultimatives-Leihspieler-Belohnungsset. Wow. Man hält zwei Spiele, einer davon selten. Ach so. Heftig. Kriegen wir, glaube ich, eh nichts für, ne? Oh doch. Haben wir uns was ablegen gekriegt. Nein, Silverspieler war dabei. Geil. Oh, hier. Leihspieler. Komm, können wir auch mal aufmachen. Gucken wir mal ab. Allerbar. Yay. Wir müssen uns eigentlich mal kaufen, ne? Oder haben wir den? Haben wir Allerbar? Ach toll, da ist ja noch ein Leihspieler drin. Toll. So, einmal tauschen. Und den Rest. Auf Wiedersehen. So. Nur aber, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir hören und sehen uns die Tage. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.